Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. Oktober. A45, Talbrücke bei Willensdorf fällt wie geplant. Musical begeistert in Wetzlar 7500 Besucher. Handball, HSG Wetzlar prallt an Flensburg ab. Aufregung um Böhmermanns NSU-Akten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mit vierminütiger Verspätung ist am Sonntag die östliche Talbrücke Landeskronaweier der Autobahn A45 nach dem Einsatz von fast 100 Kilo Sprengstoff so vertikal gefallen, wie es die Experten erwartet haben. Sprengmeister Eduard Reis sprach nach der Aktion von einem bilderbuchmäßigen vertikalen Absturz. So wie sie gestanden hat, liegt sie jetzt, freute er sich über eine gelungene Arbeit, um festzustellen, vor der Sprengung liegt eine monatelange Planungsarbeit, das Ergebnis komprimiert sich dann auf wenige Sekunden. Der Experte hatte die Sprengung von einem Platz mit optimaler Übersicht mit dem obligatorischen Countdown angekündigt. Kurz vorher hatte er in das Funkgerät noch die Aussage, genauso wie geplant, weitergegeben, um allerdings gleich noch einmal darauf hinzuweisen, es können immer noch Veränderungen auftreten. Dass es zu vier Minuten Verspätung kam, lag an einzelnen Personen, die den Sicherheitsbereich betreten hatten. Der bayerische Sprengmeister sah das sehr gelassen, das hier ist ein sehr weitläufiges Gelände. Da kennen die ortskundigen Schlupflöcher, die man nicht alle schließen kann. Den Artikel mit einem Video und zahlreichen Fotos haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt. Ein Musical in der Buderos Arena hat das Leben von Martin Luther King auf die Bühne gebracht. 1061 Chorsänger aus 31 Chören aus der Region wirkten mit. Sein Vermächtnis an die Welt sind gewaltfreier Widerstand und der Einsatz für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen. In einem zweistündigen Musical haben in drei Aufführungen insgesamt 7500 Besucher das politische und geistliche Wirken des amerikanischen Bürgerrechtlers und Baptistenpastors Martin Luther King gesehen. Während Musical-Stars das Werk auf die Bühne der Buderos Arena brachten, umrahmten 1061 Sängerinnen und Sänger aus 31 heimischen Chören die Szenerie und sangen 22 von dem Baptistenpastor und Journalist Andreas Malessa geschaffene Werke. Star des Musicals ist der von Darren Byrd dargestellte schwarze Bürgerrechtler, der als herausragendster Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit gilt. Am 4. April 1968 ist er bei einem Attentat ermordet worden. Wir haben uns zweieinhalb Jahre vorbereitet, sagte Moderator Marcel Volkmann und deutete damit an, dass das Musical eigentlich im März 2020 in Wetzlar zu sehen sein sollte. Dreimal wurde es wegen der Corona-Pandemie verschoben. Auf der L30 52 zwischen dem Hohen Ahrer Ortsteil Altenkirchen und dem Aslarer Stadtteil Bermol sind am Sonntag gegen 12 Uhr ein Motorrad und ein Pkw frontal zusammengestoßen. Die 34 Jahre alte Motorradfahrerin aus Frankfurt erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Laut Polizeibericht fuhr die Frankfurterin mit ihrem BMW-Motorrad von Bermol in Richtung Altenkirchen. Am Ende einer Rechtskurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Von 2016 bis 2018 avancierte er zu einem Publikumsliebling an der Lahn. Dann wechselte Benjamin Burik zur SG Flensburg-Handewitt und musste in den vergangenen Jahren an seiner früheren Wirkungsstätte einige Enttäuschungen einstecken. Doch am Sonntagnachmittag im vom TV-Sender Sky zum Topspiel ernannten Duell der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar war Ebenko eine Bank für den dreifachen deutschen Meister. Die Gastgeber der HSG Wetzlar scheiterten beim 22.27 Uhr, 11 zu 16, einfach zu häufig am 31-Jährigen, dementsprechend strahlte einer der Matchwinner der Norddeutschen in der Pressekonferenz über beide Ohren. Das war heute ein Abwehrsieg, stellte Burik treffend fest. Eigentlich sollte der vom ZDF-Magazin Royale veröffentlichte NSU-Prüfbericht der hessischen Landesregierung 30 Jahre geheim bleiben. Jetzt ist die Aufregung groß. Mit der Veröffentlichung eines 173 Seiten starken Dokuments in seiner Sendung ZDF-Magazin Royale und auf der Internetplattform »Frag den Staat« hat der Fernsehjournalist Jan Böhmermann am Wochenende den Blick auf die hessische Aufarbeitung der NSU-Terrorserie gelenkt. Das seit Freitagabend abrufbare Dokument besteht aus zwei miteinander verknüpften internen Berichten zur Aktenprüfung im Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, aus den Jahren 2012 und 2014. Sie sind von der schwarz-grünen Landesregierung als geheim eingestuft worden. Die Veröffentlichung sorgte in der hessischen Landespolitik für heftige Reaktion, während die Linke den Schritt ausdrücklich lobte, warf die CDU Böhmermann Rechtsbruch vor, der das Leben von Menschen gefährden könnte. Sind die Dokumente überhaupt echt? Eine definitive Antwort auf diese Frage gab es bis Sonntagabend nicht, allerdings spricht vieles dafür. Das LFV teilte lediglich mit, es prüfe die Dokumente. Böhmermann gibt auf seiner Plattform »Frag den Staat« an, man habe das komplette Material neu abgetippt, um die Quelle zu schützen. Der hessische linken Abgeordnete Thorsten Felstehausen, der die Originalberichte im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags lesen konnte, erklärte, man habe die Texte nebeneinander gelegt. Sie scheinen vollständig und inhaltsgleich transkribiert worden zu sein. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Morgen, am 1. November, ist ein Feiertag. Die nächste Podcast-Folge hören Sie daher am Mittwoch, dem 2. November. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.